Eines dieser Atomkraftwerke steht in Baden-Württemberg, Neckar-Westheim 2. Ministerpräsident ist Winfried Kretschmann. Von den Grünen, Herr Ministerpräsident, guten Abend. Guten Abend, Herr Sievers. Jetzt ist heute bereits der Fall eingetreten, für den Sie ja vorbeugen wollen. Russland drosselt weiter. Muss angesichts dieser Lage die Kernenergie jetzt zumindest vorübergehend weitermachen in Deutschland? Es wird ja gerade in einem Stresstest geprüft, ob das notwendig ist, um die Stabilität der Netze, auch wenn es viele Ausfälle gibt, etwa im Import, nicht? Zum Beispiel von den Atomkraftwerken in Frankreich stehen ja viele still. Das wird jetzt alles genau sehr sorgfältig geprüft, ob das notwendig ist, und man dann andere Fragen, wie die der Sicherheitsarchitektur, zurückstellen muss. Jetzt gab es ja so eine Prüfung bereits im Frühjahr. Damals kamen Wirtschafts- und Umweltministerium, beide grün geführt, zum Ergebnis, ein Weiterbetrieb bringe nichts. Jetzt also die von Ihnen angesprochene neue Prüfung. Erwarten Sie da ein anderes Ergebnis? Das weiß ich nicht. Ich meine, man macht ja einen Stresstest, um damit Ergebnisse zu haben. Und dann fällt mir eine Entscheidung, das ist ein vernünftiger Weg. Vorher rumspekulieren halte ich jetzt nicht für so vernünftig. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, so ein Stresstest ist auch die Gelegenheit für die Grünen, da eine 180-Grad-Wende hinzubekommen. Atomkraft, nein danke, das ist ja immerhin so etwas wie das Gründungsmotto Ihrer Partei. Ich meine, davon werden wir auch nicht abrücken. Ich sehe auch gar niemand in der Bundesrepublik Deutschland außer der AfD, die wieder zurück zur Atomkraft will. Es geht ja nur um eine zeitlich begrenzte eventuelle Verlängerung von noch laufenden Atomkraftwerken. Und das werden wir sehr nüchtern und rational prüfen und entscheiden. Wie erklären Sie denn den Menschen, dass in der derzeitigen Situation eher die Kohle weitermachen darf als die Atomkraft? Ja, weil das einfach sehr viel einfacher ist. Kohlekraftwerke haben wir, die gehen schon aus der Reserve raus. Da ist jetzt eher das Problem, wir brauchen zum Beispiel dafür in Baden-Württemberg 2 Millionen zusätzlich Kohle. Die kann jetzt im Moment nicht ordentlich transportiert werden wegen des Niedrigstandes der Flüsse. Also man sieht, auch das ist schon schwierig, aber Atomkraftwerke ist jetzt keine Stereoanlage, die man einfach gerade mal aus- oder anschalten kann. Das sind sehr schwierige, komplexe Fragen und die müssen einfach sorgfältig geprüft werden. Und im Moment ist es einfach einfacher und auch nur dadurch lösbar das Problem, indem man Öl- und Kohlekraftwerke wieder in Betrieb nimmt. Jetzt gibt es noch einen anderen Aspekt des Ganzen, Herr Kretschmann, Sie sind ja Politprofi. Wenn Sie jetzt bleiben bei einer klaren Ablehnung von verlängerten Atomkraftlaufzeiten bei den Grünen, dann und es im Herbst... Nein, 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 nein. Nein, 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 das habe ich nicht behaupten. Also keine klare Ablehnung. Im Moment ist das ja die Parteilinie. Ich habe nur gesagt, nein, nein, nein. Ich habe gesagt, weder die Grünen noch sonst eine demokratische Partei will zurück zur Atomkraft in Deutschland. Es geht ja nur darum, ob man sie jetzt eine Zeit lang weiterlaufen lässt. Und das wird ganz nüchtern sachlich geprüft. Und je nachdem, wie die Prüfung erfolgt, tut man das eine oder lässt das andere. Gut, aber durch Ihr doch sehr engagiertes Nein, nein, nein gerade eben, kann ich jetzt doch annehmen, dass diese Prüfung am Ende durchaus so ausfallen könnte, dass wir Ende des Jahres dann erst mal zumindest weiter auf Atomkraft auch setzen? Jetzt wird geprüft, dann hat man ein Ergebnis und entscheidet. Und das warten wir jetzt einfach ab. Das liegt ja Ende August vor. Es macht keinen Sinn, jetzt darum zu spekulieren. Sie hatten heute einen Gipfel mit Versorgern, Energieversorgern, mit vielen Unternehmen, mit Wirtschaftsverbänden, mit Kommunen bei sich in Stuttgart. Da ging es darum, was passiert, wenn Russland weiter drosselt. Kaum war der Gipfel vorbei, trat das ein. Russland drosselt weiter ab Mittwoch. Wie ist Deutschland darauf vorbereitet? Ja, daran sieht man, wie richtig der Gipfel und sein Zeitpunkt war. Wir müssen ja jetzt darauf reagieren, indem wir alle Reserven zum Einsparen und zur Effizienz nutzen, damit wir einfach möglichst wenig Gas verbrauchen. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit gemindert, dass wir in eine Gasmangellage kommen. Das ist einfach der Beitrag, den wir leisten können. Und wenn die Schwarmintelligenz entsteht, dass Betriebe, dass öffentliche Verwaltung, jeder Verbraucher einfach an der Schraube dreht und bei sich einspart, dann können wir einfach das Problem auf jeden Fall mindern. Vielleicht kommen wir sogar ordentlich durch den Winter. Das wird sich dann zeigen. Und da das ja auch die Energie verteuert, ist es auch sinnvoll, dass die Unternehmen trotzdem wettbewerbsfähig bleiben, indem sie jetzt diese Reserven mobilisieren an Einsparmöglichkeiten. Und auch der Privatverbraucher spart ja dann Energie und spart dann Geld. Und das Geld benötigt er ja, um die steigenden Energiepreise wenigstens zum Teil kompensieren zu können. Also man hat in jedem Fall was davon, wenn man das macht. Das ist der Appell des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Herr Kretschmann, vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Bitteschön.